So hallo, herzlich willkommen zurück. Wir werden ein neues Spiel anfangen. Auf Vorbereitung auf das Update. Das große große Update. Und wir machen mal diesmal Schwierigkeitsleicht. Ich hab keinen Bock hier, wenn zu haken und in die Dings zu rennen. Also, auf geht's. Das Update soll erhöht, am 30. kommen. Da werde ich jetzt schon zwei Parts aufnehmen. Gucken. So. 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 Die große Frage ist, ob es meine Geschichte ist oder deine Geschichte ist? Wir schauen uns zusammen, ob wir? Hast du das Blunt, Andy? Ja. Das ist der Aufgabe. Na komm. Auf seinen Schlüssel. Kommen wir doch. Die ersten 50 Erfahrungspunkte. Komm, komm, komm. Oh Gott. So, genau. Nicht da lang. Okay, da ist er hier. Neue Sattel. Vorbereitung. Oh. Ab geht morgen. Nachher. Schon mal drei Knackstrophen. Wie man so schön nennt. Mein Sohn immer den Knackstrophen. So. Mhm. Aber stimmt. Na, muss ich's doch. Eine Spülhose. Wir gucken hier hinten. In einem Garten. Ne, den Marktplatz. Hm. Wir dürfen nicht rennen. Da ist natürlich nix drin. Einmal sprühen können wir nur damit. Mit die Spülhose, die man jetzt findet. Das ist ja witzig. Aber wir haben Geld gefunden. Das ist auch schon mal was. Wie haben wir denn gefunden? 88 Dollar. Und da haben wir noch mehr. Ja. Hier drüben irgendwas. Nein, haben wir nicht. Das ist ja nicht schlimm. Das haben wir sechs Stück. Könnten wir eigentlich nebenan knacken. Aber das ist... Das Schloss ist mir ein bisschen zu dumm. So. Dann haben wir dann Eddie sowieso noch. An der Backe dann. Macht er jetzt irgendwas? Ne, war. Der hat immer noch nicht gebacken gekriegt. So. Was wird jetzt da freigeschalten? Also das ist ja... Ich weiß nicht, ob die stehende Mechanik drinnen bleibt. Oder ob da was neues kommt. Das weiß man ja nicht vorher. Bitte lasst doch in nem Auto die Schüldose sein. Bitte 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 bitte. Ich brauche ja vier. Ähhh. Naja. Ja, ich bin da. Ja, ich bin da. Ja, ich bin da. Du wie? Du wie ganz? Ja, ich bin da. Ich bin da. Dieaca ist nicht so, was ich bin da. Komm von mir. Komm von mir, die Jahre. Komm, ich bin da. Ich bin da. Komm von mir, die kam von mir. Komm von mir, die kam von mir. - Ich bin da. Okay, down. Wir haben ein paar Arbeitsplätze zu machen. Hör auf. Ich bin dein Haupt und der einzige Kontakt in der Kartell. Alles und alles, mit dem Geschäft, in und aus, geht durch mich. Von jetzt auf, ich bin dein Vater, dein Boss, dein F***ing Wife, alle in einer Person. Du brauchst Dope? Du sagst mir zu mir. Du hast Geld für die Kartell? Ich nehme es. Du schickst deine PANTS? Ich muss wissen, bevor du dein Unterweil verwendest. Straightforward. Wir beginnen mit BASIC. Grass & Amp. Die drei Package ist waiting für dich in a dead drop at the back of the supermarket. Grab them, go home and get your laptop. Hmm. There'll be clients writing you, sir. You make them sales and I'll get back to you soon after. Question? What? Oh, you're a smart boy, you'll find it. Anyway, get to work. Gotta go. We'll get to you later. Oh my God. Oh my God. Oh, you're a good one. Oh, things like Hitler and Hitler, you know it? Well, you're a good one. 700 XP. Go away. Well, you're a good one. Sie sind meistens markt durch ein Symbol, also du solltest es finden. Es ist mir geil, so. Ja, ja. Ja, mach mal nur Ampfer. Bringt am meisten Kohle. Kann man hoch machen. Das ist Quatschmariana. Bringt mir nicht. Das schalten wir dann gleich raus, wenn wir rankommen. Weil? Das bringt uns wirklich nichts. Ja, kann man ja gar nicht. Doch nicht. Schönen bestätigen. Schönen bestätigen. Schönen bestätigen. Schönen bestätigen. Zack. Und? Schönen bestätigen. Achso, wo stehen die noch? Stehen die längsten unter uns. Kann man 20 Gramm bestellen? Einmal Backpulver erst mal holen? 4 Gramm rummachen? Was? So take that into consideration, before you run those first clients. Nicht euer Ernst. Ernsthaft. Was? Oh Mann, was? Ne. Falsch. Dette. Man hat schon lange nicht mehr gespielt hier. Na Kumpel? Bisschen warm. Bisschen drecker Marihuana. Na ja, noch gut wie. Ich habe auch keine Marihuana mehr. Nur noch harte Ampel. Natürlich nicht mehr. Und natürlich nicht mehr. Und natürlich nicht mehr. Und natürlich Amy abschecken. Hi Amy. Das sagt man, das liegt nicht an mir. Ich möchte bitte einmal, dass du Backpulver reinpackst. Einmal nur. Wir haben 210. Einmal. Dings. Danke. Du auch. So. Oh Junge. Bevor die bestellen, müssen wir nämlich ausschalten. Marihuana. Und dann nur Ampel bestellen. Einmal 10. Und dann nochmal. Äh, ausschalten. Äh, Eddie. Ah, wir können ja schon 20. Spannende. Warte mal. Genau. Zeit wie das Kartell. Na ja, Schulden belohnen sich ja sowieso. Ja, ja, ja. Die Bisse. Eddie. Und dann bestellen wir nochmal 20. Schön, oder? Haben wir schon mal 40 Gramm. Von meiner, äh. Von meiner Reisung. Von Ampel. Weil das, den Preis haben wir nämlich erhöht. Das war nämlich erst vorher, 130 nur. Das ist nämlich egal jetzt hier. Ob man... In der Nacht war, äh, bis sie dann... Am nächsten Tag warten, bis die Bestellung da ist. Solange die Bestellung nicht, äh, nicht da ist, kommen auch keine Polizisten. Das heißt... Wir haben jetzt erstmal... Schön Zeit. Und dann können wir in Ruhe in der Nacht... Nämlich Dings machen. Jetzt machen wir den nochmal. Eddie. Komm, komm, komm. Angebot. Nochmal 20. Zack. Und beim nächsten wird das bezahlt. So. Wunderschön. Wird nämlich... Dauert nämlich eine Stunde. Jetzt gucken wir mal, wie lange es jetzt dauert. Wunderschön. Zwei Stunden. So. Und der Will möchte nämlich schon 4-Kampf-Spiel haben. Wir haben zwar jetzt noch eine Star. Thema Warten. Ist ja egal, wie lange wir warten müssen. Wie, jetzt haben wir noch Warten noch. 41. Ja. Das ist scheißegal. O Gott ist scheißegal. O Gott ist scheiße. O Gott ist scheißegal. mhm naja... speichern können wir noch nicht mhm, das heute ist mir ein vergnügen SEN, das auch zu nehmen toter biefkunstbar, wo denn? Oh, ein Fenster? Ah, da hinten, man. Achso. Ah, ja. Es kommt in den Fenster. Ich hör noch vor uns, auch bei uns. Schnell. Wir machen da nämlich... ...dings fertig. Erstmal hier... ...holen mit der Polizei. Verstellung mal jetzt nicht mehr. Aber ich mach den... ...dings jetzt fertig. Und grüßen wir an die Werkbank an. Ja, ja. Hopp, hopp, hopp. Schau mal hier oben. Schau mal hier. Mittleres Glas. Und jeder nimmt mal ein großes Glas. Zack, zack, zack. Und natürlich steht das so. Mh. 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 Was? Mh. there is a lot of time liegang anwenden aber wir die schlechte Leute we don't give a fuck we don't give a fuck we don't give a fuck what is a micrometer next anwenden wo also right hmm So, Mix anwenden. Da drüben rein, da sind 45 Gramm, dann Produkt verpacken, einmal 2 Gramm für Testen. So, dann gehen wir erstmal weg, dann kommt die mit das hier, ich will speichern. So, dann gucken wir mal, können wir schon mal vorbereiten. 4, 4, 8 Gramm gleich mal reinpacken, wenn die auch nochmal 4 malen, die anderen, der andere. So, erstmal 8 Gramm. So, dann war schon mal 35 Gramm. So, wir speichern. Und das war es erstmal für diesen Part. Hier kommt gleich noch einer meiner Tony, Tony Montana. Kommt gleich noch ein Part, ich will schon mal das Hort rein. Und tschüss. So. So.